Und ich hab's noch überlebt. Jetzt aber nicht, jetzt aber nicht. Oh. Oh mein Gott. Ein Herz und ich hab den gekillt. Leck mich am behaarten Rücken. Oh, das darf ich gar nicht sagen. Egal. Hey und willkommen bei einer weiteren Folge Minecraft Quick Survival Games und wir spielen auf der Map Kamaki Mountain. Das ist keine ganz normale Quick SG Runde, sondern das ist die Palo Challenge. Für die Leute, die das nicht wissen, was die Palo Challenge überhaupt ist, und zwar wurde das Ganze von Palo Kostens Leben gerufen und ich find die Challenge eigentlich recht nice, aber um es zu erklären, und zwar, man muss eine ganz normale Quick SG Runde, oder SG Runde, je nachdem, aufnehmen und egal, wie schlecht die ist, man muss die direkt hochladen. Also nicht direkt, sondern man muss die hochladen. Also man hat nur eine Chance und ich find die Idee eigentlich recht nice und deshalb mach ich die auch jetzt und gut gemacht Palo Kostens. Also echt ne coole Idee auf jeden Fall und da haben auch wirklich sehr viele mitgemacht und find ich echt cool auf jeden Fall. Freue ich mich mitzumachen. Und den werd ich mal killen kurz. Oh ne, den kann ich nicht, den kann ich nicht. Oder? Oder? Ne. Ich geh mal hier weg am besten. So. Okay. Zack, zack, zack. Wir haben eiskalt, die beste Rüstung im Spiel gerade. Full Iron mit dir Sachen. Und da kommt auch noch jemand. Oh man, das ist einfach so ekelhaft gerade. Das ist so ekelhaft gerade. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Oh Gott, ich hab noch überlebt. Oh Gott, ich hab noch überlebt. Ein Herz. Ein Herz, ein Herz. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Ich muss erst mal kurz drag'n. Das ist echt wichtig gerade. Ich will nicht nach zwei Minuten sterben. Och, ist der weg, ja. Och, ist der weg, ja. Ey, das war richtig knapp. Ausdrucksweise, aber. Damn. Boah, das war ein Herz. Und ich hab denen die übelste Combo gegeben. Einfach. Ey, das ist echt. Echt, echt geil. So. Cool. Zehn Brote auf einmal. Ähm. Ich glaub, die Runde wird was. Hi. Gut, sie haben 27 Pfeile. Wir haben Angel. Wir haben Steinschwert. Also ich glaub, das wird auf jeden Fall was. Ähm. Gut, hier sind noch ein paar Leute drinnen. Das heißt, die Runde kann noch dauern. Ähm. Gut, da ist dieser Sehbitz. Den versuchen wir mal zu kriegen. Oh, okay, der haut ab. Der haut ab. Das macht nichts. Dann suchen wir uns jemand anderen. Der hinten, wie heißt der? Och, nee. Bitte nicht boospammen. Bitte nicht boospammen. Oder? Haut ab. Clever YouTube. Hau bitte nicht ab. Bitte. Ich will doch nur einmal dich streicheln. Ja, okay. Er boospammt. Cool auf jeden Fall. Oh, Mann. Echt cool auf jeden Fall. Aber egal. So. Ich guck mal, ob ich irgendwo vielleicht noch ein Eisenschwert finde. Dann hab ich die beste Rüstung, das beste Schwert im Spiel. Das wär richtig cool. It's Boospam ich mal clever. Dreimal getroffen. Okay. Deathmatch fängt an. Er schreibt Kadex. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Ach, dieser Clever. Dich hol ich mir, Clever. Jawohl. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Es leckt. Es leckt. Oh, nein. Hä? Die machen Team. Die machen Team. Die haben Team gemacht. Team. Ähm. Er schreibt auch Team, damit ihr es hofft. Die haben Team gemacht. Die beiden sind auf mich draufgegangen die ganze Zeit. Ähm. Aber macht nichts. Die Runde fand ich recht cool. Ähm. Von daher übt mich das gar nicht. Also, mir geht es ja nicht um den Sieg, sondern, dass ihr Spaß habt an diesem Video. Und ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich bei einer Bewertung sehr, sehr freuen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr die Palo Challenge auch machen. Und die Idee ist sehr nice auf jeden Fall. Ähm. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. 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 You are the only things we share, you can give me that